Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video vom Spielraum Wien. Ich bin es euer Matthias und bei mir ist heute wieder die Chas Beki. Hallo Servus und wir haben heute ein ganz spezielles Video für euch. Normalerweise spielen wir mit unseren selbstgebauten Decks oder präsentieren euch Decks. Heute wollen wir ein bisschen was anderes machen. Ja, ich habe nämlich ungefähr vier Displays aufgemacht für das zweite Set von Locana und ich habe heute so alles was ich an Karten habe mitgebracht und der Matthias und ich wir versuchen jetzt aus diesen Karten ein cooles Deck zu bauen, das auch würdig ist gegen dich zu spielen. Genau, wir werden ein bisschen sagen was wir machen, vielleicht auch für Leute, die neu im Hobby sind, worauf man achten sollte beim Deck bauen. Ja, meine Ablage, mein System ist noch nicht sehr ausgereift. Ich bin auch neu in diesem Hobby und ich mache das nicht so. Es war wirklich nur, ich war katastrophal überfordert mit tausend Karten, die bei mir herum geflogen sind und ich brauchte eine schnelle Lösung, um sie irgendwo rein zu machen und das hat gut funktioniert. Ich meine, sie sind halbwegs geschützt. Ja, halbwegs. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Karten, die besonders sind, also sehr besonders oder die ich verkaufen möchte, die lagern ein bisschen anders. Das heißt, du hast die nicht, wir müssen jetzt aus den nicht besonderen Karten Deck bauen. Naja, aus so Balk-Karten halt, oder? Du hast die Karten semi-vorsortiert, hast du ja gemeint. Also sie sind so nach Farben sortiert? Ja, genau. Also zwei Farben, es sind zwei Farben pro einer Kiste, weil ich habe halt nur vier Kisten und das ist ja dann ein bisschen, ich konnte nicht jede Farbe in eine Kiste machen, das ging nicht. Also musste ich zwei in eins machen und das hat funktioniert. 2% gratis. So ungefähr. Ähm, ja. Ja, was sagst du denn so? Also ich habe jetzt... Können wir ein Deck bauen mit dieser Cruella? Mit wer? Wo ist denn die jetzt? Die schöne... Nein, die ist jetzt... Ah, die ist da. Ich liebe diese Karten. Also immer, wenn ich auspacke am Stream oder so und dann kommt die. Ich finde, das ist ein so schönes Artwork. Ich mag die. Ja, okay. Das heißt, du willst die in deinem Deck haben? Wenn das geht vielleicht. Dann legen wir die mal raus, ja. Okay. Wollen wir gerne... Also nein, wir bauen jetzt mal ein Deck so, wie du denkst, aber eigentlich wäre urcool, wenn wir ein Deck bauen müssten, würden einfach nur mit Karten, die mir gefallen. Okay. Ob das funktioniert? Okay, aber schau, ich finde, mir gefällt zum Beispiel die Karte. Ja, die Tatiatella, die magst du gern. Ja, ich bin großer Fan von dieser Karte. Ja. Und wenn wir eh schon blau sind, dann können wir die auch reingeben. Also grundsätzlich ist es so, ich schaue immer, erstens mal ist es natürlich praktisch, wenn man eine Ahnung hat, was das Deck machen soll oder warum man das Deck baut. Natürlich könnt ihr auch hergehen und sagen, ihr baut das schönste Deck. Ja. Bitte, wenn das euer Anspruch ist, ich möchte hier niemanden schämen, jeder soll das Deck bauen. Im Menschen, ich gewinne Turniere damit. Ja, voll. Und dann kommen wir zu diesem Video zurück. Genau. Und dann ist das schönste Deck. Ja. Grundsätzlich, wenn du sagst, okay, ihr wollt gewinnen mit dem Deck, ist wichtig, immer macht es mal einen Plan. Was ist eigentlich das Ziel eures Decks? Warum baut ihr das Deck? Was wollt ihr accomplishen? Gewinnen. Gewinnen, okay, natürlich. Man kann natürlich die besten Decks einfach bauen und nur gute Karten reingeben, aber man möchte auch irgendwie Synergien haben, ja. Also zum Beispiel, wenn wir so diesen Gegenstand spielen, dann ist es vielleicht sinnvoll, auch irgendwelche Karten zu spielen, die mit Gegenständen synergieren, ja. Ah ja, das machen Sie, wenn ich dann keine habe, oder so. Ja, genau, richtig. Also zum Beispiel hier haben wir Gegenstände und wir haben so diesen Abschuss, kann man zum Beispiel benutzen, ja. Dann gibt es natürlich, was macht es dann, wir spielen dieser Mini-Poo, der ist hier eine Rare. Du darfst so eine Handwerk deckt in den Tinten vor Ort legen. Aha, okay, der ist ja jetzt nicht uninteressant. Man kann natürlich auch sagen, man geht auf diese Gestaltwandelfähigkeit, ja. Oh, hier haben wir noch eine Cruella der Willen. Noch eine Cruella, ich habe die ganz oft. Oder man baut einen Unterstützendeck, wenn man genug hat, ja. Ich schaue hier noch eine Tatsatelle. Ui, schau, schau mal den, der ist ja mal schon mal super. Immer wenn du diesen Charakter ausspielst, der kommt in die nicht hübsche Hälfte des Decks, aber der synergiert mit Gegenständen. Ja, okay, synergiert mit Gegenständen, ist okay. Kann man schon ein bisschen, also wenn wir sagen, wir gehen so in diese Gegenstand-Richtung. Ja, noch eine Cruella. Also es wird das Gegenständ der Cruella der Willen-Deck. Oh, schau, vier Tatsatelle. Bin schon zufrieden. Haben wir schon, haben wir schon vier Stück. Grundsätzlich ist es auch so, warum lege ich immer gleich vier von den Karten raus? Ihr habt hier die Einschränkung, ihr dürft Karten maximal viermal im Deck haben. Und zwei Farben. Und zwei Farben, genau. Ich empfehle immer die Karten, die ihr in jedem Spiel haben wollt, weil sie die besten sind, auch viermal zu spielen. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Beste Karte will man an jeder Stelle ziehen, dann spielt sie auch viermal. Also die Karten, auf die euer Deck aufgebaut ist, spielt sie einfach viermal. Ich sehe jetzt nicht viele Listen und Decks, wo die Leute dann sagen, ja, aber die Karte hätte ich auch noch gern drinnen und die Karte hätte ich auch noch gern drinnen. Und dann ist so, okay, ich könnte halt auch von jeder Karte nur drei spielen. Und dann kannst du halt mehr mit reinmachen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie ziehst. Genau, richtig. Dann ziehst du die guten Karten. Schau, ich lege jetzt einmal den auch raus, einfach weil er eine Rare ist und ein bisschen stärker. So, Tazatella haben wir schon genug. Die ist aber von der ersten Seite da. Oh, hat sie sich reingeschlichen. Verstehst? Einmal mit Profis. Die scheidet aus. Aber wir haben ja Judy Hopps. Schau, wie viele Gegenstände wir schon haben. Nochmal Tazatella. Wenn wir mehr hätten, würde ich mehr spielen. Ui. Und hier ist ein Morises Werkstatt lässt uns, wenn wir Gegenstände ausspielen, zusätzliche Karten ziehen. Und ich finde die Raupe auch nicht so schlecht. Ja, ich liebe die Raupe, aber ich finde halt, sie ist schon ziemlich cool, so mit diesen drei Erkundungsdingen, aber ich finde halt, sie ist auch schnell tot. Ja, ist ein bisschen traurig, aber wir können hier so heilen. Ja, stimmt auch. Oder hier Schaden entfernen. Ja. Und wir legen sie mal raus. Was haben wir hier? Die Sardinenbüchse. Ja, die bin ich auch ein paar Mal. Deine erschöpften Charaktere erhalten behütet. Das ist jetzt auch ein Gegenstand. Ich lege den auch einmal raus. Da finde ich den Effekt jetzt okay. Werden wir überlegen, wenn wir mehr spielbare Karten brauchen, dass wir die vielleicht Da ist doch nochmal Abschluss, gell? Da ist doch nochmal Abschluss, gell? Da ist doch gleich nochmal Abschluss. Gleich nochmal Abschluss. Also wie gesagt, ich lege die alle viermal raus. Yes. Vielleicht legen wir die übereinander, weil dann haben wir mehr Platz. Noch erstmal viel Platz, ja. Ich kann ja auch ein bisschen das hochschieben, so. Sehr freundlich. Aus dem Bild. Dann hast du. Aus dem Bild. Ja, muss ja nicht so schlimm. Ah, wir haben nochmal den. Ja, perfekt. Nochmal die Cruella. Sarah Humbleman. Und Gott sei Dank, wir haben Nick Wild auch. Ja. Nick Wild lässt uns, also Ich erkläre vielleicht, was die machen hier so. Die Judy Hopps lässt uns Gegenstände verbannen, um Karten zu ziehen. Das heißt, wir können das Tatiatelle verbannen, um Karten zu ziehen. Und dann Nick Wild holt uns das Tatiatelle wieder zurück, um Karten, damit wir weitere Karten ziehen können. Also ihr seht schon, wir werden mit dem Deck jede Menge Karten ziehen können. Hier ist die Sardinenbüchse. Ja, da hast du. Achso, ja. Die haben wir da drüben. Die haben wir jetzt auch schon viermal, gell? Ja, Cruella haben wir schon viermal. Die Cruella haben wir auch schon viermal. Aber die große Cruella haben wir jetzt noch einmal, gell? Ja, aber ich habe gefühlt, eigentlich habe ich die Uhr oft gezogen. Okay, dann haben wir die hoffentlich noch ein paar Mal, ja. So ist nochmal diese Raupe. Ja. Ah ja, wir haben ja da noch. Oder? Welches hast du schon durchgeschaut? Ja, den habe ich noch nicht durchgeschaut, ja. Den hast du schon durchgeschaut? Den habe ich schon durchgeschaut, ja. Okay. Das sind schon ganz schön viele. Ja. Einer der Sachen, auf die man beim Deckbauen auch achten sollte, das ist in Laucana eine Spur weniger wichtig als in Kartenspiel, aus dem das Konzept ursprünglich kommt, nämlich Magic, ist die sogenannte Mana-Kurve. Ah. Bei Laucana wäre das die Tinten-Kurve, das Äquivalent dazu. Und zwar wollen wir, dass unsere Kosten der Karten möglichst wie eine Kurve verteilt sind. Und zwar hat das folgende Effekt, wir wollen in jeder Phase des Spiels was ausspielen können. Also früh im Spiel, Mitte des Spiels und wir wollen auch für das spätere Spieleffekt haben. Wenn wir jetzt sagen, wir werfen nur unsere ganz starken Karten rein und haben lauter Karten entdeckt, die 5, 6, 7 Tinten kosten. Ja, und das kann man ja nicht reißen. Dann machen wir den ersten vier Runden gar nichts. Ja. Und der Gegner ist im Spiel so weit vorne, dass wir dann zwar unsere starken Karten ausspielen können, die werden aber vermutlich nicht mehr reichen, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Wir wollen auch früh was ausspielen, wie zum Beispiel Tazia Teller. Das heißt, wir wollen da eine möglichst homogene Verteilung von den Karten, die so 2, 3, 4, 5 kosten, wollen wir ein bisschen mehr haben, weil die grundsätzlich, wir können sie früh ausspielen, aber sind meistens gut genug, wenn wir sie später ausspielen, dass sie nicht komplett outclassed sind. Ich habe zum Beispiel auch immer manchmal so etwas stärkere Karten mit drinnen, wo ich weiß, okay, die kann ich vielleicht noch ausspielen, wenn es so weit kommt, aber die sind meistens auch mit dabei, weil ich weiß, die kann ich zu Tinte machen. Also vor allem, wenn ich sie sehr früh ziehe und in meiner Starthand habe, dann lasse ich meistens so eine große Karte drinnen, weil ich weiß, die mache ich gleich am Anfang zu Tinte, um halt die anderen Sachen spielen zu können. Also so ist da, ah, schau. Ah, ja, da vier. Ja, ich sage ja, ich liebe dieses Artwerk von dieser Corella, ich finde die so schön. Ach, wenn man zwei Nick Wilds, bitte. Schade. Bitter, okay, aber das schaut ja schon mal nicht so schlecht aus. Ja. Das haben wir alles durchgeschaut, da bist du ganz 100.000 Milliarden prozentig sicher. Nein, aber ja. Ja, Gumbotopf haben wir die noch? Gumbotopf, da gehen wir noch am vierten, vierter Gumbotopf. Ich glaube nicht, dass du das da geguckt hast. Na, sicher. Tazia Teller, ja, ja. Was macht eigentlich diese Armbrust? Macht irgendwas? Die macht auch irgendwas, ja. Ja, du kannst sie für zwei Tinte und dann tabben. Gib einem Charakter deiner Wahl in diesem Zug minus zwei Angriff oder du kannst sie tabben und verbannen diesen Gegenstand und dann kannst du einen Drachen deiner Wahl verbannen. Aha. Was halt cool ist, wenn man so gegen einen Malefiz oder die Mim zum Beispiel. Okay, aber wenn der Gegner keinen Drachen hat, ist es eher traurig. Dann ist es eher doof. Aha, schau, dass du diese Königin, aber die finde ich nicht gut. Ja, du magst sie nicht so, gell? Nein, ich finde ich nicht gut, ja. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe die Königin, ich habe gesagt, dass ich die Karte total cool finde und total krass. Und dann meinte Matthias schon so, ja, ja, das sagst du jetzt, weil du bist halt kein Magic-Spieler und ich als jahrelang erfahrener Magic-Spieler weiß, so eine Karte macht nicht so viel Sinn. Also bis auf die Stimme hat sie alles genau getroffen. Also die wird ja von sehr vielen Leuten für gut empfunden. Die, ja, es gibt ein weiteres Konzept in Magic, ja, das nennt sich Kartenvorteil und diese Karte macht genau das Gegenteil davon, nämlich Kartennachteil. Kartenvorteil ist grundsätzlich der Gedanke, dass wenn du mehr Karten ziehst als deinen Gegner, hast du mehr Optionen und dadurch mehr Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Das heißt, wir wollen Karten, möglichst viele Karten spielen, hier Nick Wild, Julie Hobbs, Tazia Teller, die uns Karten ziehen, mehr Ressourcen führen dazu, dass wir das Spiel gewinnen. Die Königin, damit die was macht, müssen wir Karten wegschmeißen. Das ist Karten-Nachteil und führt automatisch dazu, dass unser Gegner mehr Ressourcen hat als wir. Das kann natürlich für den kurzfristigen Benefit, dass wir zusätzlich Legenden sammeln. Ich fand die halt cool zum Beispiel in der Kombination mit dieser Meme-Karte, mit diesem Drachending, der glaube ich war die, welcher Drachending, was macht die? Nein, der Meme-Drache, ich glaube der hat vier. Der Vier. Der Vierer. Und da war ich das so, wann kannst du die ausspielen, war glaube ich so der, das ist eher selten. Und dann, ich meine, ja, dann schmeißt du eine Karte weg, aber du hast halt auch vielleicht vier Legende gleich gesammelt. Ja, okay, gebe ich dir gleich das Gegenargument dafür. Also das ist oft eines dieser Argumente. Das war zuerst mein Gedanke, genau, wo ich mir dachte, boah, geil. Also, du sagst quasi, du spielst einen Vierer-Drachen, den du nicht oft ausspielen kannst, um sie dafür abzuwerfen. Was ist, wenn du die nicht hast und siehst einen Vierer-Drachen? Dann hast du eine Karte auf der Hand, die du nicht ausspielen kannst. Ja, und du wartest, bis du die kriegst, ja okay, das macht auch wieder Sinn. Okay, ich schaue gerade so rot und grün durch, aber da spricht mich irgendwie... Nichts an? Nichts an. Vielleicht bin ich von der Königin voreingenommen, ja. Ah, Little John. Ja, der ist super, gell? Und warum, also Entschuldige, warum ist der 7-7? Was ist das für ein Kerzenhalter? Ich weiß auch nicht, aber er ist gut. Ganz arg. Nämlich, fetter Bär, Kerzenhalter. Was ist hier los? Aber Lumière ist ein Chameur, er ist Franzose, deswegen 7-7. Alles klar. Unser Franzose dreht sich gleich gut. Okay. Ja, roter Ding, mir nicht so viel zu bieten und grün. Ja, ich mochte zum Beispiel diese Desi-Karte, mochte ich eigentlich auch recht gerne. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, will alle gegnerischen Mitspielenden eine Karte aus ihrer Hand aus und werfen sie ab. Das finde ich halt schon recht stark, weil dann wieder dieses Karten-Vorteil-Dingens, was du uns gerade erzählt hast. Genau, also kann man natürlich mit Desi und Hypnose, da wirft der Gegner auch eine Karte ab, wo man zieht eine, also das finde ich ganz gut. Also zum Beispiel, schau, dieser Donald Duck ist auch so, zu Beginn deines Zuges dürfen alle Mitspieler eine Karte ziehen. Ist halt nicht so toll, weil der Gegner natürlich auch eine bekommt. Wenn man irgendwie so zu viert oder so spielt, also eine Multiplayer-Runde, dann ist das vielleicht ganz nett. Also ich muss gestehen, ich sie da... Aber die Surfer-Mini ist zum Beispiel auch ganz cool, weil die ist halt evasive oder halt wendig. Ja. Das fand ich halt irgendwie auch ganz cool, weil einen wendigen Charakter wieder mit drin haben, weil ich hatte zum Beispiel letztes Mal gegen jemanden spielen müssen, der halt die Mini drinnen hatte und ich hatte nichts, um sie zu besiegen. Ja, das war ganz schön doof. Okay. Ja, gefällt dir nicht. Ich muss trotzdem gestehen, im Rot-Grün gefällt mir jetzt nicht so. Werden wir gleich wieder in deine... Tolle Box geben. Nicht mehr Tapaschachtel, weil das... Ja, genau so. Bam. Bisschen schöner. Bald ist eh nur bald, hast du gesagt. So, da... Außer damit. Was haben wir hier? So, zwei Farben fehlen noch. Ja. Amber und... Lila. Amethyst. Schau, da haben wir zum Beispiel gleich einen Gegenstand. Schau dir was an, da kann man Legenden sammeln. Ja, der ist super, das Buch. Elsa, schau. Schöne Karte. Ja, die habe ich schon... Eine habe ich genommen und zerschnitten für mein Album, weil ich habe das so beklebt. Ich beklebe das so mit schönen Karten. Ich habe die hundertmal die Elsa mit keine Handschuhe. Oh, das will noch einer. Mit keine Handschuhe. Ja, mit ohne Handschuhe. Mit ohne. Ja. Schau, also das finde ich zum Beispiel... Hier haben wir schon ein Beispiel wieder eine Synergie, kann man mal sagen. Also wenn man die ausspielt, können wir hier was von denen zurücknehmen und dann können wir sie wieder ausspielen und können noch mehr Kartenvorteile machen. Also das ist zum Beispiel was, das gefällt mir schon. Diese Madame Mim. Jetzt werden wir schauen, weil von der Mim gibt es ja mehrere. Ja. Also vielleicht haben wir da mehrere, die wir irgendwie zurückbringen können. Und der Merlin ist auch sowas, der davon profitiert, wenn wir den zurückbringen. Ja, das ist eh total verrückt mit dem hin, zurück, hin, zurück. Also da haben wir immer, glaube ich... Hin und zurück, Alter. Das macht eigentlich nur ein Hobbit. Oh, ja. Das stimmt. Aha. Oh, ich sitze fest. Das ist auch eine süße Karte. Die finde ich auch wirklich lieb. Ja, das stimmt. Was macht das hier verbindlich Vertrag? Tappen, tappen. Naja, weiß man nicht. Das ist, glaube ich, nicht gut genug. Guerille, Tassilo. So, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir auch... Ah, schau. Ah, das ist eine andere Farbe. Schlecht Schneewittchen, Rapunzel. Rapunzel ist so eine gute Karte. Ja, die ist gut. Ich muss kurz sagen, das da, diese Mulan-Karte, die liebe ich einfach nur, weil sie so schön ist. Ich glaube, das ist eines meiner... Also die Mulans haben richtig schöne Artworks bekommen, jetzt im zweiten Set. Also mir gefällt das total gut. Und dann das eine... Die da da, genau. Die zwei. Das sind die zwei, so zwei schöne Karten. Also wenn ich jetzt ein schönes Deck bauen würde, dann wären die fix drin. Verstehe. Mach die wieder mit meinen. Die sieben Zwerge... Tinti, wer kennt den noch? Das Video ist schon online, gell? Ja, ja. Also sieben Zwerge-Decker, das könnten wir sicher auch bauen aus dem. Ja, habe ich schon gebaut. Okay. Dann bauen wir nicht mehr. Müssen wir nicht nochmal bauen. Müssen wir nicht nochmal bauen. Hier, jedes Mal, wenn du eine Flutgestalt ausspielst. Vielleicht können wir auch mehr Flutgestalten reingeben ins Deck. Uh, schau, da ist noch eine Madame Mim. Mhm. Fuchs-Mim. Und Merlin-Ziegel. Ein Ziegen-Merlin. Ja, perfekt. Da werden wir einfach Merlins und Mims reingeben. Das ist auch wieder so eine Karte. Grausam und schlimm. Ja. Die finde ich auch nicht gut. Spiel einen Charakter, der vier oder weniger kostet, kostenlos aus. Er erhält rasant, verbanne ihn am Ende deines Zuges. Ah. Du spielst quasi den aus, bringst eine Karte ins Spiel, mit der du einmal herausfordern kannst und dann musst du ihn verbannen. Das heißt, du hast quasi zwei Karten eingesetzt, um einmal eine Karte vom Gegner herausfordern zu können. Ja, stell dir mal vor, wo du hast sowas wie so einen Orgengoofy oder irgendwas, was du echt platt machen musst. Der darf auch nur vier kosten. Der hat auch noch eine Einschränkung, was wir ihm da reinbringen, um nicht mehr viel Platz zu machen. Ja, gut, auch wieder wach. Le Fou, der ist auch aus dem ersten Set. Echt? Na sicher, kenn mich aus. Hey, wieso hat sich der so reingeschlicht? Weil er zu Gaston wollte. Ja, genau. Ganz klar. Den würde ich auch in mein Deck machen, weil ich finde diesen Bariton-Gaston auch eine hübsche Karte. Bariton-Gaston. So, da haben wir nochmal den Mims. Wer ist er eigentlich? Der Fassilier. Dr. Fassilier, von dem gibt es so viele. Ja, das ist zu viel. An jeder Ecke ist er. Gefühlt in jeder Farbe. Ja. Okay. So. Ich fliege da über diese Amber-Karten schnell drüber. Und dann noch mehr von denen. Wir malen die Rosen rot. Immer gleich Ohrwurm, wenn wir nicht die Karte sehen. Immer gleich Ohrwurm. Okay, vielleicht müssen wir auch so. Oh, da ist noch mehr Ziege. Und eine vierte von der. Perfekt. Wo habe ich denn die da hingelegt? Die Bläufe legen wir da drauf, weil vielleicht spielen wir einfach von denen auch welche. So. Da. Achso, haben wir schon. Die haben wir schon. Ja. Wo ist der Merlin? Jede Charakter. Ja, schauen wir mal. Ziegenmerlin. Ziegenmerlin. Winnie-Pooh ist auch einfach so eine coole Karte, muss man sagen. Die Legende des Schwerts. Der Zeichner von der Legende des Schwerts. Und wisst ihr, was echt traurig ist? Ich hatte die Karte zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist wirklich traurig. Konnte sie mir nicht. Warum nicht? Was war denn das Problem? Ich glaube, ich hatte die Displays einfach noch nicht aufgemacht gehabt. Schlecht. Hast du es nicht unterschreiben lassen können? Nein, konnte ich es nicht unterschreiben lassen. Grüße gehen raus an Nina und Daniel. Danke, dass ihr, der Alex und mir, eine Unterschreibung mitgebracht habt. Wir haben nämlich eine daheim. Großartig. Ja, ziemlich cool. Ich freue mich. Aha, wer ist er? King Louis. King Louis, oder? Ja. Okay, da ist noch eine vierte Ziege. Yeah, vier Ziegenmerlins. Brauchen wir dann den Hasen, Merlin, noch? Wenn wir ihn noch hätten, hätte ich ihn rausgelegt. Aber der ist rare, den hast du auch nicht öfter. Hm. Traurig. Weiß nicht. Okay. Also ich finde das schon... Aber gut zu wissen. Wir haben fünf Judy Hopps. Schade. Das ist ein bisschen unfair, glaube ich. Ich spiele eh nur gegen dich. Passt schon. Passt schon. Eine Hopps mehr, aber was soll man machen? Haben wir nur zwei Raupen? Ja, leider. Diese Sardinenbüchse, von der, glaube ich, bin ich nicht begeistert. Deine erschöpften Charaktere erhalten behütet. Nein. Okay. Schau, Sardinenbüchse. Wir haben jetzt einmal rausgelegt, was ich quasi... Gut finde. ...was ich so als den Kern des Decks bezeichnen würde. Und zwar... Erkläre mir. ...ist unsere... Ich schiebe die mal zusammen und lege sie auf, damit man dann ein bisschen eine Übersicht bekommt, was wir hier eigentlich so planend machen wollen. Magst du hier einen Cut machen? Bis das schön aufgebaut ist? Na, ich lege das auf und erkläre das. Das ist okay. Wo sind wir da? Das ist die schnelle Schnitte und sowas. Naja. Gen Z, die braucht das. Der Patrick braucht daheim möglichst wenig Arbeit. Feuer. Ja, okay. Also der Kern des Decks ist, dass wir Gegenstände wie Tatiatella oder unseren hier liegt da Gumbo-Eintopf ausspielen. Ah, ich liebe Gumbo-Eintopf. Also nicht essen, aber als Karte. Ah, okay. Wir wollen diese Gegenstände ausspielen, um sie dann mit unserer Judy Hobbs, also vor allem das Tatiatella, zu verbannen. Ich lege sie mal hier hin, weil die kostet drei. Um weitere Karten zu ziehen. Ja. Wir haben auch Xaver Hampelmann. Wenn wir den ausspielen, können wir einen Gegenstand verbanden, können wir sogar zwei Karten ziehen. Ich muss jetzt eine wirklich blöde Frage stellen, glaube ich. Bitte sehr. Das Tatiatella, das kann ich aber auch verbannen ohne die Judy Hobbs. Oder kann ich das nur verbannen, wenn ich die Judy Hobbs habe? Du kannst das auch verbannen. Ich kann es ja quasi weglegen. Ja, genau. Du kannst auch den Effekt machen. Aber ich kann ja mit ihr dann auch für andere Gegenstände vom Gegner ja eigentlich auch verbannen. Genau. Dann zieht der Gegenhalt die Karte. Also im Notfall können wir auch den vom Gegner verbannen. Wir dürfen mit dem, nein, da können wir nur unsere Gegenstände verbannen. Ja, passt. Alles gut. Genau, ich wollte nochmal, dann war es eh keine dumme Frage. Nein, nein, war eine gute Frage. Eine Sache, die auch ich öfter online lese oder die Leute fragen ist, was ist denn, wenn ich diese Tatiatella habe und ich spiele die Judy Hobbs und verbanne den Tatiatella, kann ich dann zwei Schaden heilen, weil ich habe ja Tatiatella verbannt? Ja. Und es ist so, nein, du wählst quasi einen der Effekte aus. Entweder du verbanntst ihn für die Judy Hobbs und ziehst du die Karte oder du verbannt ihn, um die Schaden zu heilen. Es ist nicht, wenn verbannt wird, heile zwei und ich verbanne und ziehe eine Karte. Nein. Ich könnte nur eins von beiden machen. Schade. Ja. Wäre sonst ein bisschen unfair. Na ja, vielleicht ein kleines bisschen. So, wir haben hier dann noch die Maurices Werkstatt, immer wenn man Gegenstand ausspielen, kann man eins zahlen, um eine Karte zu ziehen. Und Nick Wilde, der uns Tatiatella zurück auf die Hand nimmt. Das ist mal so der eine Teil. Weil er sich verkauft. Ja, ich weiß. Deswegen dürfen sie wieder zurück. Schaut euch den Film an. Der ist wirklich süß. Bester Film. Und wir geben Abschuss auch hinein. Verbanne einen deiner Gegenstände, um einem Charakter dann einmal fünf Schaden zuzufügen. Wir wollen immer mit dem Gegner ein bisschen interagieren können. Also schaut es auch beim Deckbauern drauf. Es ist schon gut, wenn ihr quasi eure Strategie habt und sagt, es passt, was versucht mein Deck eigentlich zu machen. Aber der Gegner hat auch einen Plan und der Gegner will auch das Spiel gewinnen. Hast du einen Plan? Manchmal, manchmal nicht. Aber es ist sinnvoll, wenn ihr Karten in eurem Deck habt, die den Gegner auch daran hindern, seinen Plan durchzuführen. Also wir haben jetzt in unserem Kern schon Karten eingebaut, die Gegenstände beantworten können. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, kann die Julie Hobbs auch einen Gegenstand vom Gegner entfernen. Das heißt, wenn der Gegner über Gegenstände gewinnen kann, haben wir da schon eine Absicherung. Und mit dem Abschuss können wir auch starke Charaktere vom Gegner abschießen. Der Wortwitz. So, dann unser zweiter Teil. Und das ist unsere zweite Farbe. Ist ein bisschen so. Wir haben hier die Madame Mims. Ich lege die jetzt mal da drüben hin. Ja. Schau auf die Seite. Die Madame Mims einmal in Schlangengestalt und zweimal in Fuchsgestalt. Die sind, wenn wir sie ausspielen, müssen wir sie entweder verbannen oder einen Charakter auf die Hand zurücknehmen. Und das synergiert jetzt natürlich mit der ersten Hälfte unserer Stacks. Weil wenn wir die Julie Hobbs oder den Nick Wilde auf die Hand zurücknehmen und wieder ausspielen, bekommen wir den Effekt wieder. Das heißt, dieser Teil synergiert mit unserem ersten Teil. Das ist auch immer ganz nett, wenn man schaut, dass alles möglichst synergetisch ist. Dann haben wir noch die Ziege, den Merlin, der, wenn ein Spiel kommt, kriegen wir eine Legende. Wenn er das Spiel verlässt, kriegen wir eine Legende, synergiert wieder mit dem. Genau. Wir haben hier noch einen Merlin-Hase, da können wir eine Karte ziehen, den haben wir leider noch einmal. Und ich gebe den jetzt auch mal rein. Wir werden mal schauen, ob der genug macht. Was kann der? Das ist der Merlin-Formwandler, also die menschliche Gestalt von Merlin. Und der ist immer, wenn ein Charakter, also ein anderer Charakter quasi auf unsere Hand zurückkommt, bekommt er plus eine Legende. Ah, okay. Also wenn du ganz viele... Das heißt, du spiel und dann zurückhol, hol, hol und dann hat der, weißt du, sich fünf Legende oder so? Genau. Ah, ja, das ist schon cool. Also im späteren Spielverlauf, wenn du viel Tinte hast und zum Beispiel zwei Madame Bim-Schlange, kannst du immer eine ausspielen, eine andere zurücknehmen und dann bam, 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 bam. Boah, dann ist der ja immer. Ist nicht so schlecht. Ja. So, und dann wolltest du unbedingt noch, aber das werden wir uns jetzt anschauen. Wir werden so diese Cruella de Vil. Ob sie reinpasst oder nicht. Genau. Ganz wichtig, wir müssen natürlich auch schauen, wir brauchen 60 Karten. Ja. So, ich lege mal diese Cruella de Vil da unten rein. Der Partik wird uns gleich schimpfen, weil sich das sicher nicht ausgeht. Ja, ich glaube. Oder geht sich das aus? Schaut schon gut aus. Schaut gut aus? Ja. Okay. Er schimpft noch nicht. So, das Buch der Zaubersprüche geben wir auch ein, weil das ist ein zusätzlicher Gegenstand und wir können mehr Legenden sammeln, ne? Mhm. Da haben wir zehn Gegenstände dabei. So, die Raupen lege ich mal auf die Seite, weiß nicht, wie wir die brauchen. Wir haben hier noch so eine. Wenn wir einen Gegenstand haben, kriegt er robust eins und behütet. Das ist schon ziemlich gut. Die kleine Noire. Die kleine Noire. Noire oder Neu. 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 Die ist aus... Raya und der letzte Drache. Wer hat sich den angeschaut? Fand ihn okay. Ich fand ihn auch nur okay, leider. Der ist nicht so gut, ne? Gibt bessere. Aber nichts ist so schlecht wie Wish. Hast du den schon gesehen? Nein, noch nicht gesehen. Okay. Noch nicht gesehen. Aber schon von mehr reingehört, dass der nicht so toll sein soll. Auch nicht so toll, leider. So, wir zählen mal die Karten. Ja. Zähl mal. Ich werde das dazu hier hinlegen, weil ich das immer gerne so in Viererpaketen zähle. Hier haben wir noch ein Viererpaket. Achso. Und dann sind da drüben drei, ne? Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind 40 Karten, 43 Karten. Yay! Aber es sind nicht 60. Genau, das heißt, wir brauchen ja noch 17. Achso, die Frage ging ja nicht. Das ist ein quick math for you. Genau, wir brauchen noch 17 Karten. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, darum habe ich hier diese blaue Fee oben hingelegt. So, die nehmen wir uns doch mal. Die blaue Fee ist zwei Tinte, wendig und jedes Mal wird eine Flutgestalt aus... Flutgespalt? Flutgestalt. Flutgestalt. Ja. Dürfen wir eine Karte ziehen. So. Wir haben hier, Corella de Vil ist schon eine Flutgestalt. Jetzt werden wir schauen, was wir noch so für Flutgestalten haben. Ah ja. Was haben wir denn hier gehabt? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Pinocchio. Der Pinocchio mit der Nase. Genau. Nein, der Sandgestalt. Ja. Aber das passt auch? Der Große ist davon. Ah, der Große dann. Der hier ist. Ah. Ja. Okay. Aber den habe ich, glaube ich, nicht so oft. Werden wir schauen. Die Sache ist nämlich, lies mal vor, was der kann. Okay. Ich lese vor, was der kann. Hör auf dein Gewissen. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Charakter oder Gegenstand deiner Wahl, der drei oder weniger kostet, zurück auf die zugehörige Hand schicken. Also kann ich bei dir was wegmachen quasi. Ja, oder bei uns selbst. Wir können auch wieder. Oder auf die zugehörige Hand. Genau. Wir können auch mit dem einfach unser Tazia Teller zum Beispiel zurück auf die Hand schicken. Um es dann wieder auszuspielen. Genau. Verruckt. Genau. Also wir schauen immer nach diesen. Ich habe den ja eh total oft. Cool. Perfekt. Das habe ich nicht gedacht. Oh, schau. Viermal. Viermal der Kleine. Ja, viermal klein. Das wäre der Große noch angenehm. Komm schon, ein Großer. Wie ist er eigentlich? Die gute Fee. Ah, müssen wir es in der Rellerkarte ausspielen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Traurig. Ah, schau. Schau. Ein Viertes Mal wäre jetzt noch optimal, aber ich fürchte. Das ist nur zweimal. Ah, dreimal schon, ja, stimmt. Ich fürchte fast. Aber ich fürchte auch. Ach, was macht dieser Vertrag? Der Vertrag. Jimmy Grille. Ah. Aber was macht Jimmy Grille? Jimmy. Jimmy heißt er doch. Entschuldigung. Jimmy. Jimmy, Jimmy Grille. Wenn du diesen Charakter ausspielst, hast du eine Karte sinnvoll als einen Pinocchio-Charakter im Spiel. Könnte man sich fast überlegen. Aber wir haben jetzt nur sieben Pinocchio-Charaktere. So, sieben, zehn. Ja, es sind immer noch sieben Karten. Das heißt, wir brauchen noch sieben Karten. So, wir schauen noch mal bei den blauen, weil vielleicht können wir doch deine Raupel reingeben. Ja. So, dann eine Sache, die wir jetzt auch noch mal während dem Deckbau betrachten werden ist. Wir wollen natürlich genügend Karten immer haben, die wir tinten können. Ja. Das heißt, ich schaue immer beim Deckbau auch darauf, dass ich nicht nur Karten habe, die nicht hintbar sind. Also Pinocchio ist nicht hintbar. Pinocchio ist nicht hintbar. Das sind schon mal sieben. Und hier haben wir vier, sind elf. Und eine Maurices Werkstatt ist zwölf. Und das Buch, 13. 13. Merlin, 14. Okay, ich glaube, das ist schon... Sehr viel. ...oberer Rand, würde ich sagen. Aber der ist schon auch gut. Ach, der ist auch so schön. Der ist schon gut. Was macht Winnie Pooh? Jedes Mal, wenn dieser Charakter kundert, darfst du eine liebe Karte aus der Hand verdeckt in deinen Tinten vortlegen. Mit dem können wir schnell mehr Tinte machen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht ist der... Oh, um Gottes Willen. Wie konntest du den übersehen? Eieieiei. Eieiei. Um Gottes Willen. Siehst. Schau. Wah, späte Stunde. Es ist in der Früh, als wir das aufnehmen. Ja. Ob ihr das wisst. Sorry. Nicht späte Stunde. Aber gibt es da nicht irgendwas, späte Stunde bringt irgendwas oder so? Goldim... Ah, da ist noch Raupen, schau. Da ist noch Raupen, wenn wir wollen. Ja, schau. Okay, was macht das eigentlich? Nein. Das ist übrigens wirklich aus, weil wir haben beim letzten Mal diskutiert, aus welchem Film das ist. Wo aus das ist, ja. Und es ist auch die Schöne, das Biest. Ich habe extra noch... Ja, ich habe extra... Dass der Film noch Stop-Motion angeschaut. Ja, genau das. Ich habe extra noch mal geschaut. Da haben wir noch so eine neue, oder? Ist es die gleiche? Ja, es ist die gleiche, aber du hast... Da habe ich sie einfach nicht rausgeholt. Ach so. Soll ich sie? Ich lege sie zur Seite. Ja. Ich habe, warum ja, auch noch welche hingelegt zur Seite. Ach so. Von Unruh, was macht er so? Das ist auch eine Flutgestalt, weil das ist ein Alter von Unruh. Oha. Deine anderen Charaktere erhalten Robust eins. Vielleicht nehmen wir den. Der beschützt unsere anderen Charaktere und synergiert mit unserer Fee. Dürft mal gerne in die Kommentare aufschreiben, wie ihr Deck baut und wie ihr da durchgeht. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt und sowas, teilt das. Ja. Damit ich das auch lesen kann und nicht nur das hinnehmen muss, was Matthias sagt. Ja. Und vielleicht auch noch die ein oder andere Einsicht bekommen. Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, also wir schauen ja, ich schaue jetzt diesen Kartenstapel einfach öfter durch. Wenn ich selber ein Deck bauen würde, würde ich die Karten natürlich zuerst sortieren, dass sie alle beisammen sind. Also du meinst jeder Tazia Teller, jeden Film? Genau. Achso. Ja, genau. Wer hat den Platz für sowas? Hast du so einen großen Tisch daheim? Ja, naja, ich meine jetzt im Sinne von alle Karten da so zu sortieren. Ja, ich sortiere es erst nach Farbe und dann nehme ich eine Farbe und sortiere die Farbe. Wie machst du das? Auch nach Farbe sortiert. Wie machst du das so? 204 Spots auflegen oder? Ja, das habe ich jetzt gerade von dir so. Also so habe ich es actually gemacht. So hast du es verstanden? Nein, nein, so habe ich es gerade verstanden, aber so habe ich es beim allerersten Set gemacht. Du hast aber 204 Karten. Ich habe 204 Karten so liegen gehabt und geguckt, wie viele ich jede habe, weil dann habe ich halt eine für das Sammelalbum, wo ich jede Karte einmal habe, dann welche ich tauschen kann, die Tauschmappe und dann welche ich verkaufen kann in die Verkaufskiste. So kann man es auch machen. So habe ich das dann gemacht, ja. Verstehe. Okay, so, was haben wir gesagt? Wir brauchen sieben Karten noch, sechs mit dem Nick Wilde. Ja. Okay, dann geben wir diese neu rein. Ja. Fünf. Vier. Der Unruh. Die Winnie-Poose, wir können damit extra Tinte machen. Ja. Was? Drei, zwei. Jetzt noch Rappe oder Gaston. Rappe oder Gaston, man weiß nicht. Der Gaston ist halt, also, ich fürchte fast, es wird der Gaston, weil er seine Flut gestaltet. Ja, passt. Tippt in favor of Gaston. Yeah. So, jetzt zählen wir noch einmal nach, oder? Ja, zähl. Ziel nach. Da ist noch so ein Viererpackerl. So ein Viererpackerl, ich bin ein bisschen jetzt. Glaubst du haben eine Karte zu viel? Nein. Nein, ich glaube, es wird passen. So, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das können wir da oben hinlegen. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn mal vier ist nach Adam Riese. Klar, ich kann nicht kopfrechnen. Sechzig natürlich. Wunderbar, sechzig. Perfekt. Das heißt, wir haben 60 Karten. Und ich finde, dass das grundsätzlich nicht so schlecht ausschaut. Wir legen das jetzt noch einmal kurz. Ich finde auch nicht, dass es schlecht ausschaut. Und ich bin total begeistert, was du aus meinen Karten gezaubert hast. Weil das ist wirklich so eine Sache. Ich sitze ja auch öfters mal daheim, überlege, was könnte ich für ein Deck bauen. Dann schreibe ich Matthias meistens, kannst du mir Deckerl, Liste schicken. Dann schickt er mir auch meistens eine rüber. Aber dann, sich jetzt so von Scratch auf hinzusetzen, sein eigenes Deck zu bauen, das habe ich bisher zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Weil ich mich da noch nicht so drüber traue. Weil ich irgendwie so, ja, ich check schon so, was manche Karten mache. Ich kann ja den Text lesen. Aber es ist ja trotzdem dann nochmal ein ... Grundsätzlich, lesen können ist von Riesenvorteil. Ja, wirklich. Das sage ich nur, kannst dich noch erinnern, wie ich beim Turnier ... Oh Gott, da habe ich beim Turnier ... Peinlich. Das war wirklich peinlich. Peinlich, peinlich. Da habe ich Judge gespielt. Und ich habe diese Raya ... Sein Sekunden letztendlich. Na, was war das? Die Sisu-Karte war das. Und ich lese und ich so, ey, wenn du die ausspielst, was war denn das? Er darf irgendwas machen. Ja, ja. Und dabei hat er das gar nicht machen dürfen. Und ich habe mich nur verlesen, als ich die Karte gelesen habe. Und ja, habe mich da voll in so ein Spiel eingemischt. Und ... Die Steine zu fragen, die Spieler, ganz unschuldig. Ja, und Becky kommt zu mir, ich kann helfen. Und ich so, ja, ja, klar, kannst du machen. Und dann habe ich mein Dasein als Judge schon wieder verwirkt. Ja, gleich verwirkt. Ja. Aber deswegen ist es halt ziemlich cool, dass wir das jetzt auch mal so gemeinsam gemacht haben, weil ... Tschüss, Babagorella. Vielleicht traue ich mich dann auch mal zu Hause, weil ich würde ja gerne auch mal noch so ein sehr aggressives Deck bauen, weil ich habe zu Matthias auch gemeint, bisher haben wir halt so eher ... Hördl-Dördl. Ja, so Liebedecks gebaut und so mit Schneewittchens und Zwergen und alles so süß und lieb. Aber ich brauche so die Reinklatschen, genau so. Weißt du, so diese, wie das im ersten, diese Control Decks, so diese Rot-Armetis, also dieses, was wir gehabt haben, so mit Drachenfeuer und Drache von Malefiz, so im ersten Set. Der große Drache. Genau, sowas brauche ich, aber halt im zweiten Set. Und vielleicht ... Aber mit zwei Neues, schau. Ja, schau. Es sind wirklich zwei. Ja. Weil du gesagt hast, ich habe es nicht rausgelegt. Ach so. Nein, du hast es gedacht, dass du es nicht rausgelegt hast. Hast du es nicht bestätigt? Doch, ich glaube, dass ich ... Können wir nochmal zurückspringen in dem Video und schauen, was ich gesagt habe. Okay. Gut. So. Wunderschön. Ich habe es nochmal komplett aufgelegt. Wir haben oben unsere Gegenstände. Wir haben einige frühe Drops. Wir können den Pinocchio früher ausspielen, die Blaue Fee. Wir haben die Madame Mim und die kleine Gorilla. Wir haben die Judy Hopps, nochmal Madame Mim, diesmal das Fuchs. Und Winnie Pooh im Dreier-Slot quasi. Der Winnie Pooh lässt uns auch Karten zusätzlich zur Tinte machen, damit wir dann unsere teureren Karten schnell ausspielen können, wie zum Beispiel den Gaston. Ja, aber warte mal. Ich muss eine beliebige Karte zur Hand. Ja, passt. Ja, genau. Genau. Die wir ziehen hoffentlich. Ja, ja, passt. Wir haben Xaver Hampelmann, Nick Wilde und hier auch noch die Judy Hopps, die unsere Gegenstandssynergies. Wir haben hier noch Merlins, die mit unseren Madame Mim synergieren. Wir haben den großen Pinocchio, der entweder den Gegner verlangsamen kann, weil er was von ihm auf die Hand zurückschicken kann oder nochmal unsere Hopps zurückbringen kann zum Beispiel. Ist auch eine Flutgestalt, das heißt wir ziehen da hoffentlich Karten mit der Blauen Fee. Die Cruella de Vil ist eine Flutgestalt. Wieder mit der Blauen Fee. Karten zieht der Gastron auch. Unsere Interaktion, unsere Aktionen hier, die Abschüsse synergieren mit unseren Gegenständen und dann haben wir hier noch so zwei Merlins, die mit unserem Herumgebounce synergieren und einfach einen von Unruh, der unsere Sachen ein bisschen beschützt und auch eine Flutgestalt ist und Karten zieht. Also ich glaube, das schaut insgesamt nicht so schlecht aus. Gut gemacht. Wunderbar. Wir werden das Ganze im nächsten Video gegen ein vorkonstruiertes Deck von uns testen und mal schauen, wie das so abschneidet. Ja, bin gespannt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Deckbau oder generell zu Locana oder auch zu etwas anderem habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Je nachdem, was es ist, beantworten wir es oder auch nicht. Mal schauen, ob Matthias Expertise darin ist oder nicht. Ja, schauen wir mal. Experte so. Genau, wenn ihr irgendwelche Szenen aus Disney Filmen habt und nicht genau wisst, wo die raus sind oder irgendwelche Karten, dann beantwortet euch jetzt die Becky. Ja. Die kennt das alles. Ansonsten, die Becky könnt ihr wo finden? Ja, auf YouTube ebenfalls als Just Becky oder ihr schaut auf Instagram Threads vorbei, da bin ich auch gerade sehr aktiv. Also könnt ihr auch gerne vorbeikommen auf dem Stream. Twitch.tv slash Just Becky. Überall bin ich ja mit am Start. Wunderbar. Mich könnt ihr ansonsten im Shop sehen und Locana spielen könnt ihr jeden Sonntag bei uns bei der Liga. Einfach vorbeikommen. Leute sind alle sehr cool. Ja. Die helfen euch auch, wenn ihr quasi mal mit Karten vorbeikommt und sagt, hey, was kann ich da eigentlich draus machen? Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Wunderbar. Perfekt. Das schaut echt nicht so schlecht aus, finde ich. Hätte ich nicht gedacht, dass man so ein gutes Stack rauskriegt. Sehr gut. Noch ein Nick Wilder wäre optimal gewesen, aber.